Ja, liebe Freunde, also, Junggesellenabschied hinter den Siebenbergen bei den Siebenzwergen. Die haben sich ganz schön abgeschossen. Meine Fresse, ne? Aber man muss ja auch sagen, da passt ja auch nicht viel rein in so ein Zwerg. Aber genug, um das nicht zu verlieren. Ja, das stimmt aber nicht. Hoffentlich finden die das hier, ihr werdet hoffentlich. Die Siebenzwerge auf der Suche nach Schnitt. So, Leute. Reißen euch mal ein bisschen zusammen, jetzt müssen wir mal außer drei Linke zusammennehmen und überlegen, wo es Schnittschen gegeben sein wird. Also, ich hab überhaupt keine Ahnung, aber wir könnten mal beim Rumpelstilchen vorbeischauen. Oh, oh, Rumpelstilchen. Vorsicht! Vorsicht! Das ist ein totaler Kühlärträger. Müssen wir aufpassen! Verstärken wir uns los. Ja, müssen wir uns verstecken. Ihr habt es doch ein schön. Versieht jetzt. Bumpelstilchen. Ich find Bum-Bum geil! Hallo! Weld! Ich bin der Mutz aus Nordkorea. Ihr wisst schon längst, ich bin der Hex. Und Panzer mag ich sehr. Ich drohe gern mit Krieg, weil das einfach wunderschön ist. Ich hab ne große Bumme und nen superkleine Penis. Heeeey, sexy Bombe! Das sieht aus, als hätte er eigentlich wieder zu viel Atomwilz gegessen. Ey, ey, warte mal! Ich glaub, da kommt noch einer. Das sieht aus wie ein Trumpelstielchen. Ich hab den längsten! Ich hab den längsten, ich muss gucken, dir ich gesehen. Wenn ich beim Männer sagt, man kommt, du tippestellig. Ein Mann wie ich kann mit was halt zum Schell rappen. Ein Mann wie ich kann, man sagt, man geht in Pussy rappen. Und ich erklär, ich hab nicht der, wo ich denn bin. Ich hab den, ich hab den längsten. Ich hab den längsten! Ich hab den längsten! Und jetzt hatch das в schaff compte, und ich 어때? Und ich hab den längsten! Ich hab den längsten! Ich hab den längst geboren. Und mein Mann wie ant red. Und da geht nach London. Dasuard Chef ist doch ärg southlahнов. Und er想 die Welle. Und da gehen wir nach unten! Das kann ich an! Unglaublich, unglaublich. Sagt mal, Leute, wisst ihr eigentlich, was der Unterschied ist zwischen einem Ochsenschwanz und der Krawatte von Donald Trump? Ganz einfach, der Ochsenschwanz bedeckt das ganze Arschloch. Und wisst ihr eigentlich, dass der Vizepräsident der USA, Mike Peps, Miggi, gerufen wird? Was? Ehrlich? Wer hat denn wohl gedacht, dass die USA jemals von Miggi und Miggi regiert wird? Von der Welt. Sö, jetzt mal... Ich muss euch jetzt mal was gestehen. Ich weiß, warum wir uns alle an nichts mehr erinnern können. Weil... Ich war gestern beim Entjagerhütkling und hab der Pilze geholt. Den hab ich mit in der Suppe und da könnte es sein, der vielleicht... Du bist doch ein Sögnhafter vollhört. Also, ich weiß es nicht. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Hütling hin. Kann er uns heute so einen Trank zusammenrühren? Vielleicht kommt er da mal in den Rauch rein und dann finden wir unser Sögnhafter. Genau. Okay, großer Häuptling, rauschender Adler, der vom Himmel fällt. Bleichgesicht. Ich sei nicht mehr großer, rauschender Adler, der vom Himmel fällt. Häuptling hat einen neuen Namen. Du bist jetzt aber gespannt, wie heißt ich jetzt? Häuptling, runtergeflogen. Okay, großer Häuptling, runtergeflogen. Wir suchen so eine Frau. Lange, schwarze Haare. Ordentlich Vorbau. Verhaarte Beine. Schönes Böbsel. Hast du dich manchmal gesehen? Bleichgesicht. Deine Freunde waren vorgestern hier gewesen. Haben versprochen, Häuptlingstochter zu heiraten. Häuptling geben ihn dafür viele Pizze. Ach so, ha? Na aber, wo ist denn da die Schnecke? Ja. Häuptling, komm, komm. Lange, komm! Ja, wie habe ich schon noch mal. Das ja, das erkennt ihr schli. Also, Hilfe, super hässliches Ding, Alter. Die machte hier hässlich. Ich muss mich jetzt verdrücken, es tut mal ein Song, ich verkaufe das. Die ist sehr nett. Die bringt doch ein Hemmi hier zu bleiben. Schärfe im Wasser. Lass uns mich. Du solltest nicht allein nach ner Party gehen. Und jeder Mann so heiß in mir und wir singen. Du solltest nicht. Ich sollte nicht. Wir beide wünschen, dass wir alleine sind. Du solltest nicht. So wächtig im Tag von dir. Und jeder Mann so heiß in die Augen zieht. Du solltest nicht. Ich sollte nicht. Wir beide sollten, sollten uns nicht so wollen. Warum hast du nicht eine Zeit? Es lag allein nach dir. Mit einem Hauch fang fast nichts an. Wer wollte ich nicht dafür? Warum hast du nicht eine Zeit? Wir schatten dieser Nacht. Warum hast du nicht eine Zeit? Wir waren so voll Leidenschaft. Jetzt sind wir aufgeraucht. Warum hast du nicht eine Zeit? Warum hast du nicht eine Zeit? Warum hast du nicht eine Zeit? Wir schatten dieser Nacht. Wir warten so voll Leidenschaft. Jetzt sind wir aufgeraucht. Warum hast du nicht eine Zeit? Warum hast du nicht eine Zeit? Warum hast du nicht eine Zeit? Vielen Dank.